Hi, ich bin Nadine, Teil der Geschäftsführung hier in der Fleischerei München-Bielefeld. Vor mir seht ihr unsere Filet-Fackel Teriyaki-Style. Und wie wir die für euch machen, zeige ich euch jetzt. Seid mit dabei. Bei der Filet-Fackel Teriyaki-Style setzen wir auch wieder auf unser Umla-Land-Schwein von den umliegenden Bauern hier in der Region auch, quasi Nachbarschaft. Wir nehmen von dem Schweinefilet die Kette. Das heißt, wir nehmen die ab, parieren die schön aus, nehmen die Kollagene oben drüber weg. Und warum tun wir das? Wir nehmen die Kette A, weil sie eine richtig schöne Saftigkeit generiert. Sie ist genauso zart wie das Schweinefilet an sich und ist halt auch so perfekt zum Kurzgrillen geeignet. Und wenn wir das Ganze wirklich so, wie es jetzt ist, auf dem Spieß haben, wird das Ganze noch mit einer Teriyaki, mit einer hauseigenen Teriyaki-Soße gewürzt. Das heißt, das ist eine asiatische Soße. Und dann zum Finischen nehmen wir halt wirklich diesen weißen, frischen Sesam und streuen ihn ganz, ganz dezent oben drüber. Gibt nochmal einen schönen Geschmack und sieht halt gut aus. Und wenn ihr Bock auf die Filet-Fackel Teriyaki-Style habt, kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch.